Wie kann ich die Grundsteuer denn umlegen? Die kann man nur bedingt umlegen. Und zwar, wenn man Eigenheimbesitzer ist, Eigentümer und das Ganze auch bewohnt, dann geht es nicht. Dann zahlt man das selber. Hat man aber eine Immobilie und vermietet diese, dann kann man es umlegen als Teil der Nebenkosten. Man wird am Ende des Jahres dann ganz normal behandelt, wird alles mit reingerechnet. Am Ende des Jahres wird dann geschaut, okay, passt die Abrechnung, gibt es Nachzahlungen, gibt es Rückerstattungen für den Mieter und ist wie das Ganze, also im Wohngeld quasi enthalten. Wie beispielsweise auch die Wohngebäudeversicherung. Ich glaube, hier liegt dieление, die kommen zu einem Schbolze im Wohngeld wemden, bei derヤ